Hey Leute, was geht ab zu dem Finale von unserem Battle mit dem Dark Wolf? Was geht, was geht Freunde und herzlich willkommen zum Finale. Let's go. Yeah. Leute, ich bin ja beim Finale, ist es die letzte Runde, ne? Ja, jetzt in dem Fall, in der Folge ist nur eine Runde. Wird eine kurze Folge, eine kurze Folge. Nico Zietro ist. Oh mein Gott, Leute, wer jetzt gewinnt, schreibt nur mal, schreibt alle in die Kommentare kurz von dem Video, wer, hey, also wer gewinnt. Chalt, mach. Wer von uns gewinnt. Come on, yeah. Wäre sehr interessant, das zu, oh, das war schon eine Worte. Okay, das war's. Ähm, never mind. Wieso machst du so viel damage? Wieso Hacker? BCF? Nee, ich triff alles auf den Kopf. Ich auch. Das ist doch lächerlich. Ah Gott. Die Schöne Reinhardt verliert schon mal. Was bekommt es? Ja. Ah, kleine Huren. Ja. Nein. Tschüss. Oh mein Gott. Wie viele hier machst du, sei ehrlich, ich finde. Ich hab 80. Das ist ein One-Shot mit Fire Zweig. Wo bist du? Das ist unter mir, ne? Ja, der ist unter mir, Leute. Verdammt. Nein, 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 nein. Oh Gott, Nico. Ja. Ja. Sehr schön, Nico. Sehr schön, der Feuer. Heilegescheiße. Oh my God. Ich hab's vieliges gemacht. Dumm kann man eigentlich ein Ladekabel platzieren. Hilfe. Oh Gott. Oh nein. Das war ein kleiner Huren. Wie schade mag die Giftmine, Alter. Ach, wie der Arztgott, das ist echt sicherlich. Adi, die hat die Hälfte, die war für die Giftmine, so. Die Folge, ich mache so. Mach so, fast der Mensch wie in Firefly. Naja. Naja, naja. Na, hasst mir. Das Kronen gegeben. Das Kronen, wie man das nennt. Ich habe einfach Aboot mit dem Typen. Das ist einfach so. Hallo, Motherfucker. Ah, du kennst den dritten Mal schon. Ach, ja. Das Kanzer! Wie viel Leben hast du? 490. Ich habe ja 96. Nur weil ich die nachgeladen habe. Das gibt's nicht. Nico. Ähm. Sieht sehr gut aus für dich. Ja, das Bett lasst du vor. Was ist das denn? What the hell is going on? Ja. 173 Leben noch. Ich war auch sehr gut, umfällig mit dem Dingens. Hä, ich hab's was von anderen, was und mehr als zu tun. Oh mein Gott, nein. Ich hab gemisst. Das war so schlecht von mir. Was machst du? Du hast auch gemisst. Das war gut. Das war gut. Boah. Lass mich verarschen. 33 Leute, oh mein Gott. Das ist so. Was hast du mir für einen Hit gegeben? Oh nein. Oh, du bist viel besser mit dir, als ich. Digga, mein Finger, ne? Ich schwöre, ich habe den Gefühl gebrochen. Jetzt hat ich 20. Ich hab den Müll. Ich habe den Müll. Und ich hab den Müll. Ich hab den Müll. Oh nein. Ah ah. Ah ah. Das war perfekt. Ah stimmt, dass der Müll wieder ist. wie saß und stiftet ja ja das ist besser 4 3 gut die Köln oder Euro Koppersen Faxi überlegen die Befragung an aber wie bei Genji und das kann ich nicht begreifen da da hieß der hielt er sich zu so fort zu gut von dir und ich komme ja ja heilige scheiße so close oh mein Gott auch auch macht der letzte verheiratet wer jetzt gewinnt wenn man jetzt schon mal die die das sehr sind sehr 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 gut die bieten mehr du auch also ich habe ich ich wollte mich sehr überrascht von dir es ist ja auch was daraus geholfen die ganze Zeit durch fließt ich bin der kein Schild das hätte man schild Nein, das hast du, das hast du. GG, Nico. GG. Ey, was habe ich? Was? Wie lucky. Wie lucky. Oh mein Gott, Nico. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wie hast, wie habe ich das gewonnen? Oh mein Gott, Digga, das war so... ...hier zu aufgeregt, ich hätte nichts mehr getroffen. Scheiße. Hast wieder ein Spiel besser gekonntet. Ich habe zu aufgeregt. Oh Gott. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin ein fairer Valila. Valila. Oh, ich bin ein fairer Gewinner. Alter, das war zu gekennst. Oh mein Gott. Ich habe zugeschrien, Digga, sorry, Leute. Falls es laut war. Ja, Leute, ich hoffe, das kleine Projekt hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von euch sehen wollt, lasst mir bitte, lasst mir bitte, Daumen hoch. Ja, und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag oder Abend. Und ja, ciao. Ich glaube, bei mir Leute, ich wünsche euch noch einen restlichen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen, je nachdem ihr... ...hann jetzt sieht uns. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, das Projekt, schreibt den Kontakt, schreibt vielleicht noch ein paar Projekte, wie nur ob es das man machen könnte, irgendwie paar... Aber, keine Ahnung, ne, lasst euch was einfallen, deswegen würde ich sagen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Hoffe ich... Ja, in der Tat. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns, hoffe ich bald wieder. Peace. Ciao.